Hallo meine Lieben, wir haben wieder ein Grundbuch-Termin. Das ist unser Onkel aus Konya. Konya, ihn kennt ihr ja schon, Mesut und meine Freunde, Freunde. Ja, und heute wieder was verkauft und glücklich die Leute gemacht. Leute glücklich machen ist sehr wichtig. Ja? Ja, ja. Du bist Single? Ja, ich bin Single. Karanjok? Keine Kinder? Keine Kinder? Nein, ich bin Single. Er ist Single. Wenn du ihn möchtest, kenne ich. Ich habe seine Nummer. Und nun warten wir, bis es weit ist. Die Leute, die hier alle sind, das sind Geschäftspartner und Bauherren und Makler und sehr gute Leute. Mit denen arbeite ich gerne, weil dafür kein Stress und ich will auch meine Ruhe haben. Die Leute, meine Kunden sollen zufrieden sein und ich will meine Ruhe haben. Ja, sehr gut. Und dann seid ihr auch zufrieden und habt eure Ruhe. Ja, meine Lieben. Jetzt warte ich nur noch auf die Unterschrift. Okay, so viel von mir. Liebe Grüße vom Grundbuchamt in Alanya. Bye, bye. Bye, bye.